Wenn man Menschen dann in seiner Ambulanz oder im Krankenhaus hat, die 30 Jahre später das noch einmal beschreiben, also es ist fast regelhaft so, wenn dieses Licht erwähnt wird, dann werden die Augen feucht. Also die Erinnerung ist so präsent, wie ich überhaupt den Eindruck habe, dass die Erinnerung an naher Toterfahrung viel länger bewusstseinserinnerbar bleibt als viele andere Erinnerungen. Also die Erinnerung an irgendeinen netten Geburtstag ist demgegenüber blass. Aber das Erinnern an naher Toterfahrung, das hat eine immer wieder lebensfrische Qualität, die sogar Tränen in die Augen drücken kann, wenn entsprechende Erfahrungen gemacht worden sind. Herr Dr. Gierke, Sie sind Internist und Palliativmediziner. Sie haben vor einiger Zeit aber auch an einem Buch mitgewirkt mit dem Titel Nahtoderlebnisse – Blick in eine andere Wirklichkeit. Der Titel enthält ein Fragezeichen. Wie würden Sie denn die Frage aufgrund Ihrer Erfahrungen beantworten? Werfen Nahtoderfahrene tatsächlich einen Blick in eine andere Wirklichkeit jenseits der sinnlichen Wahrnehmbarkeit? Ja, dieses Buch, auf das Sie Bezug nehmen, reflektiert eine Tagung, die wir hatten, wo auch Pim van Lommel mit dabei war. Michaela Glöckler war eine zweite Co-Referentin gewesen. Und wir haben uns sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Haben diese Nahtoderfahrungen die Möglichkeit, auf eine weitere Dimensionalität unseres Bewusstseins zu schauen? Und ich möchte an sich darauf in der folgenden Weise antworten. Ich habe schon den Eindruck, wenn ich die Authentizität erlebe, mit der Patientin davon sprechen, dass diese Nahtoderfahrungen etwas Wirkliches in sich tragen. Vielleicht auch in dem Sinne, dass sie wirksam sind. Weil man macht die Erfahrung, dass Menschen, die so etwas durchgemacht haben und erfahren haben, ganz erhebliche Veränderungen in ihrem Leben durchlaufen, neue Akzente setzen. Sie bekommen überhaupt keine Angst mehr vor dem Tod, vielleicht noch vor dem Sterben, aber nicht vor dem Tod. Sie sind, was die Auffassung des Lebens betrifft, vielmehr darauf orientiert, dass Leben eine Bedeutung hat. Und sie haben auch im Hinblick auf ihre Lebensüberzeugung ganz andere spirituelle Dimensionen. Also es geschieht etwas mit Menschen, in dem Sinne ist es auch wirksam. Aber ich habe auch den Eindruck, dass wir in der Medizin etwas lernen dürfen, was tatsächlich den Blick weitet auf andere Bewusstseinsdimensionen, die Menschen haben. Und wenn ich an einige Erlebnisse mich erinnere, zum Teil mit Kindern, dann hat man schon den Eindruck, dass dort unverstellt etwas dargestellt wird, was zu einem ganz tiefen, realen Erlebnis gehört. Und manchmal hat man sogar den Eindruck oder bekommt es geschildert, dass manche Menschen sagen, wenn sie dann wieder in ihrer normalen Verfassung sind, dann ist das Bewusstsein so eng geworden und so irgendwo umgrenzt. Und sie hatten eine ganz andere Erfahrenswelt dann vor sich gehabt, während dieser außerkörperlichen, manchmal außerkörperlichen Erfahrung. Insofern, und das ist immer eine Frage überhaupt auch der Erkennbarkeit und auch letzten Endes eine philosophische Frage, ich bin der Meinung, dass tatsächlich diese Erlebnisse etwas von Wirklichkeit in sich tragen, wobei aber unterschiedliche auch Verzerrungen auftreten können. Also man kann keinesfalls sagen, dass jede ungewohnte Schilderung von Patienten nun einem solchen Bereich zugehört. Aber es gibt sehr authentisch wirkende Darstellungen, wo ich schon den Eindruck habe, es täte der Medizin gut, diese viel ernster zu nehmen und erst recht nicht zu psychiatrisieren, sondern sie in ihrem Kern immer besser zu evaluieren und auch zu begreifen und dadurch auch ein Tor zu bekommen für eine andere Sichtweise, was ein Mensch eigentlich ist, jenseits seiner Somatik, seiner Körperlichkeit, in seinem seelischen und auch geistigen Wesen. Können Sie einen solchen Fall schildern, der es aus Ihrer Sicht gerechtfertigt hat, genauer hinzusehen, der Sie persönlich besonders beeindruckt hat? Also ich habe in meinem Leben sehr viele Menschen kennengelernt, die diese Erfahrung gemacht haben. Und ich würde mal sagen, meine erste mir erinnerbare Patientenbefragung oder etwas, wo ich Patienten mal in einem vertrauensvollen Moment daraufhin angesprochen habe, war ein damals noch relativ junger Mann, der mir erzählte, er sei mit ungefähr sechs, sieben Jahren von anderen Kindern in den berühmten Landwehrkanal Berlins gestoßen worden. Dann musste er reanimiert werden und dann erzählte er mir, wie er sein gesamtes ungefähr acht-, neunjähriges Leben in ganz plastischen Bildern vor sich gesehen hat und dadurch in seinem Leben etwas geschehen ist, was neue Perspektiven eröffnet hat. Und dann, ich gehe jetzt mal so vielleicht paar charakteristische Erlebnisse durch, war einmal eine Patientin, die in unserer Klinik operiert worden ist, die die Narkose durchlaufen hat, dann gut erwacht ist und die dann uns überraschte, dass sie trotz ihrer schweren Grunderkrankung, es war eine Patientin mit einem kolorektalen Karzinom, also einem Dickdarmkrebs, dass sie überhaupt keine Angst vor dem Tod hatte. Eine Frau eines Feuerwehrmannes hier in Berlin, und ich frug mich dann, warum hat diese Dame überhaupt keine Angst vor dem Tod? Und das kann man natürlich irgendwie mal zur Kenntnis nehmen. Auf der anderen Seite habe ich sie dann gefragt, dass ich sie so bewundere, wie tüchtig sie das trägt. Und dann kam so eine gewisse Vertrauensatmosphäre auf und da sagte sie, dass sie offenbar während der Operation eine nahe Toterfahrung durchgemacht hat, dass sie ein Licht gesehen hat, dass sie so etwas Ähnliches wie ein Tunnelerlebnis erfahren hat, möglicherweise auch dieser Lebensüberblick, den viele Menschen dann berichten, und dass sie mit diesem inneren Wissen dann wieder zurückgekommen ist. Und in unserer Klinik, wo ich ja lange Zeit hauptamtlich gearbeitet habe in Havelhöhe, in diesem anthroposophischen Krankenhaus, Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, haben wir ja einen integrativ-antroposophischen Therapieansatz, was bedeutet, dass wir Kunsttherapien, andere Therapien integrieren in die notwendige Behandlung des Patienten, also auch seine Operation. Und da war es so berührend zu sehen, dass diese Patientin in der Maltherapie dieses Bild gezeichnet hat, von einem Licht, von etwas, was dann als Dunkelheit dieses Bild umgeben hat. Und mit diesem Bild sozusagen in Farben ausgedrückt und gestaltet, ist sie dann auch entlassen worden. Und viel später ist sie dann gestorben. Und ich fand es ausgesprochen berührend, als ich dann die Todesanzeige bekommen habe, hat der Ehemann, also ein Mensch, der zur Berliner Feuerwehr gehört, dann ein Bild gewählt aus ihren gemalten, ja, Darstellungen zu den Nahtoderfahrungen. Und ich habe den Eindruck, wenn man so etwas erlebt, dass da Menschen einem begegnen, die mit einer enormen Zurückhaltung manchmal und erst, wenn bestimmte Vertrauensverhältnisse aufgebaut sind, von diesen ganz existenziellen Peak Experiences und Erfahrungen berichten und davon aber auch dann eine Schilderung geben, wo man unmittelbar spürt, das gehört zu dem Wesentlichsten, was ich erlebt habe. Und das war auch dort zu erfahren. Und dann ist mir nur sehr wesentlich, dass wir nicht nur die Nahtoderfahrung im Sinne Umkreis des Todes einbeziehen sollten, sondern dass in genau der gleichen Weise es auch diese Erfahrung gibt, absolut jenseits des Todes. Also ich habe mal eine Künstlerin, eine Geigerin längere Zeit begleitet. Und diese Geigerin, die konnte also wunderbar natürlich Geige spielen und hatte vor, ein Konzert zu geben mit den Bach-Solosonaten und Partiten. Und das gehört so zu einem sehr schweren und herausfordernden Kapitel der Geigenliteratur. Und sie begann dieses Konzert, stand da auf dem Podium und sah sich auf einmal von oben, wie da unten ein Mensch spielt. Sodass jenseits jeglicher Reanimation oder jeglichem Umkreis im Sinne nahe Tod auch diese Erfahrungen möglich sind. Und es gibt auch andere, die in bestimmten Lebenssituationen auf einmal sich wie von außen sehen können und dadurch diese Out-of-the-Body-Experiences entwickeln, die wieder etwas enorm Faszinierendes haben, weil sie ungewöhnliche Wahrnehmung sind, aber Wahrnehmung mit einem realitätsbezogenen und für die betreffenden nachvollziehbaren Inhalt. Also müsste man Nahtoderlebnisse zu einem größeren Kreis von Bewusstseinsphänomenen zählen, die auch in ganz anderen Lebenssituationen erfahren werden können. Ja, also das würde ich absolut so sehen. Wenn ich daran denke, welche verschiedenen Patienten ich wahrnehmen konnte, die mir davon berichtet hatten, dann sind es durchaus welche, die eben nicht im Nahtodbereich waren, sondern sich auch außerhalb desselben befanden. Beispielsweise eine Dame, die bei uns operiert worden ist an einer ganz normalen Schilddrüsenoperation und die ich da begleitet habe im Rahmen auch der Schilddrüsenambulanz, die kam dann zur Nachkontrolle und erzählte, ob sie mir was berichten könnte, wobei ich gebeten wurde, sie nicht für verrückt zu erklären. Und das ist im Übrigen etwas, was ganz häufig geschieht, dass Menschen entweder psychiatrisiert werden oder die Sorge haben, dass man sie im Sinne des Halluzinativ-Unwirklichen dann missversteht. Aber diese Dame sagte mir dann, als ich sie im Ultraschall untersuchte, ich habe mich gesehen, wie ich über meinem Bett geschwebt bin und von oben heruntergucken konnte auf den Menschen, der operiert worden ist und der jetzt im Bett lag. Also eine Bewusstseinserfahrung, die Out-of-the-Body-Experiences genannt wird und wo man den Eindruck hat, dass tatsächlich auch der Blickwinkel sich ändern muss, wenn diese Out-of-the-Body-Experiences eintritt. Es ist nicht der Blickwinkel durch die normalen Augen, der wäre eine ganz andere Perspektivität, sondern ein Anschauen, was manchmal von der Decke, von ganz anderen Orten eines Zimmers erlebt wird. Und ganz spannend sind halt auch Zeichnungen von Kindern, die auch Out-of-the-Body-Experiences dann malen und wo man in goldigen Kinderzeichnungen dann irgendein kleines Körperchen im Bett liegt und dann von außen jemand, der es anschaut. Sind Ihnen Out-of-Body-Erlebnisse bekannt, bei denen Wahrnehmungen bestätigt werden konnten? Tja, das ist eine herausfordernde Frage und gerade in der wissenschaftlichen Erforschung der Nahtoderfahrung hat man sich da enorm Mühe gegeben. Auch in der sogenannten Parnia-Studie, in der AWARE-Studie wurde das versucht. Also es gibt verblüffende Details, die manchmal mehr oder weniger unfreiwillig berichtet werden und im Nachhinein dann auch sich bestätigen. Davon hat Pim von Lammel einige veröffentlicht und es gibt auch andere, wo angeblich auch Dinge, die mit kriminalistischem Hintergrund getan worden sind, irgendwo eine Aufklärung zugeführt werden konnten durch diese Erlebnisse. Aber es sind, das muss man denke ich schon sagen, im gewissen Sinne auch noch einzelne Schilderungen. Und die Versuche, sie in kontrollierten Studiendesigns wirklich auch zu evaluieren, sind ausgesprochen schwer, weil man halt an Reanimationsorten nicht unbedingt dann gleichzeitig ein Setting hat, was diesem Anspruch gerecht wird. In der Parnia-Studie erinnere ich eine Situation, wo ein Reanimierter bei gleichzeitig registriertem Nulllinien-EEG etwas von oben sehen konnte, was seinen Reanimateur oder involvierten Arzt betrifft und wo bestimmte Details beschrieben werden konnten, die aus der Patientenperspektive wohl nicht beobachtbar waren. Also ich will sagen, es gibt noch keine wirklich kontrollierten Studien oder Beobachtungen dieser Richtung, aber sehr viel an Einzelsituationen, wo ich schon glaube, dass es sich lohnt, in dieser Richtung auch weiter Forschung zu betreiben. Zusammenfassend aus Ihrer Sicht, welche Gemeinsamkeiten gibt es in Nahtoderfahrungen? Was erlebt der Mensch an der Schwelle zum Tod? Also interessanterweise können Menschen unterscheiden zwischen einem Bereich von Bewusstseinsphänomenen, wo sie noch nicht klar sehen und auch nicht reflexiv dem Ganzen gegenübergestellt sind. Also ich will das mal einem Beispiel klar machen. Ich habe einen Patienten gehabt mit Typ-1-Diabetes und einer Insulin-Therapie und der hat herausbekommen, wenn man sich jetzt sehr kräftig Insulin dosiert, dass man dann eine Nahtoderfahrung bekommen kann. Und er hat genau unterscheiden können zwischen einem ersten chaotischen Bewusstseinserleben, wenn die Hypoglykämie die Unterzuckerung einsetzt und dann den Bereich, den viele als sehr lichtvoll und luzide und transparent und auch einer persönlichen Reflexivität zugänglich erleben. Und ich habe den Eindruck, dass gerade in der Begleitung sterbender Menschen man auch diese Bereiche unterscheiden muss. Da gibt es Wahrnehmungen, die klar auch Pathologien des Bewusstseins darstellen. Aber es gibt transparente und luzide Erfahrungen. Und wenn man das so ein bisschen charakterisieren möchte, dann ist ganz häufig das, sich von oben sehen oder sich von einer anderen Perspektive aussehen. Ich habe zum Beispiel mal eine Psychologiestudentin kennengelernt, die berichtete, dass sie während einer Mittagsruhe, wo sie sich von ihren mehreren Kindern dann etwas erholte, wie den Körper verlassend erlebt hat und dann Sorge hatte, wie komme ich eigentlich wieder zurück. Also diese Ebene wurde da auch beschrieben. Und Out-of-the-Body-Experiences sind erstaunlich häufig. Also da muss man wirklich sagen, in der Palliativmedizin kann man sie sehr häufig berichtet bekommen, wenn Patienten Vertrauen fassen. Weil, das habe ich auch erlebt, dass Menschen dann voller Angst dann auch sowas mal erfahren haben, weil diese Nah-Todes-Erfahrungen sind nicht nur schön, sondern es gibt durchaus auch welche, wo Menschen mit Komplikationen, mit Belastung und so weiter ringen. Und dass ein Mensch mal sagte, werde ich jetzt zu meiner schweren Krebskrankheit auch noch verrückt. Und wenn man ihm dann sagt, das haben ja andere Menschen auch schon mal erzählt, dann ist das wie eine Erlösung und eine Befriedung, die diese Menschen erfahren können. Diese Angst, für verrückt gehalten zu werden, gibt es tatsächlich auch heute noch in so großem Ausmaß. Man müsste annehmen, dass der Begriff Nah-Toderfahrung doch weithin bekannt ist und dass die Menschen wissen, dass viele solche Erfahrungen machen. Ja, es ist ein Bereich, der, würde ich sagen, in vielen Ecken der Medizin nicht angekommen ist. Und vielleicht kann ich Ihnen da eine Situation einmal schildern. Wir hatten einmal in einem Dialogforum an der Bundesärztekammer, in dem ich mitgewirkt habe, ein Gespräch über Entwicklungsperspektiven der Medizin. Das war damals noch eingerichtet worden vom Ärztekammerpräsidenten Jörg-Dietrich Hoppe. Und da wurde in unserer Runde dann diskutiert, dass Medizin eine Art transzendentale Obdachlosigkeit habe. Also, dass es keine Heimat gäbe für bestimmte Erfahrungen, die Menschen mitbringen. Und wir brauchen wieder nicht eine transzendentale Obdachlosigkeit, sondern etwas, wo man auch eine Art transzendentale Heimat oder Fokussierung anstrebt, wo diese Bereiche die Menschen in derartig existenzieller Weise schildern, auch ihren Platz haben. Und ich kann wirklich auch nur sagen, dass es mir sehr oft begegnet ist, auch gerade, wenn Menschen neu in die Palliativmedizin hereinkommen, wenn ein Mensch von irgendwelchen Begegnungen mit der Mutter spricht oder sogar Töne hört und so weiter, dann ist die Psychose oder die psychotische Verarbeitung, das kann man ja dann unterschiedlich werten, dann nicht mehr sehr fern in der Interpretation. Und ich würde mir sehr wünschen, dass diese Inhalte viel mehr bekannt sind, dass man auch mit einer Tugend der Unbefangenheit sie einmal zur Kenntnis nimmt. Man muss ja nicht gleich alles für sich selbst dann auch glauben oder in eine entsprechende Verarbeitung bringen. Aber wir brauchen als Ärztinnen und Ärzte eine Unbefangenheit diesen Erlebnissen gegenüber. Und wenn Sie jetzt die Frage gestellt haben, erstes Erlebnis out of the body, dann ist ein zweites extrem wesentliches Erlebnis das des Lichtes. Also Menschen berichten, dass sie hereinschauen in ein Licht, dem sie moralische Qualitäten beimessen. Das Licht hat eine Güte, das Licht hat etwas Empfangendes, das Licht hat eine Liebe. Und ich muss schon sagen, wenn man Menschen dann in seiner Ambulanz oder im Krankenhaus hat, die 30 Jahre später das noch einmal beschreiben. Also es ist fast regelhaft so, wenn dieses Licht erwähnt wird, dann werden die Augen feucht. Also die Erinnerung ist so präsent, wie ich überhaupt den Eindruck habe, dass die Erinnerung an naher Toterfahrung viel länger bewusstseinserinnerbar bleibt als viele andere Erinnerungen. Also die Erinnerung an irgendeinen netten Geburtstag ist demgegenüber blass. Aber das Erinnern an naher Toterfahrung, das hat eine immer wieder lebensfrische Qualität, die sogar Tränen in die Augen drücken kann, wenn entsprechende Erfahrungen gemacht worden sind. Also Licht ist etwas ganz Entscheidendes, dann manchmal darin auch eine Art Wesensbegegnung wird beschrieben. Das ist natürlich für einen universitär ausgebildeten Mediziner eine etwas gewöhnungsbedürftige Vorstellung. Aber ich finde, auch da brauchen wir Offenheit und vor allem Unbefangenheit, uns auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Dann beschreiben Menschen einen Überblick über ihr gesamtes gelebtes Leben in einer realitätsartigen Farbigkeit, manchmal mit Gerüchen, mit einem ganz intensiven Erleben, was sie dort dann nochmal realisieren können. Und dann kommt interessanterweise eine Phase, wo, ich möchte es aber gar nicht so stundenplanmäßig gliedern, eine Qualität ist vielleicht da besser gesagt, wo Menschen sagen, sie erleben nicht nur das, was habe ich erlebt, sondern was haben meine Taten auch bedeutet. Und das ist eine sehr berührende Situation, weil Menschen dann erleben nicht nur, was habe ich gemeint zu tun, sondern wie ist es beim anderen Menschen angekommen. Und das finde ich auch für therapeutisch tätige Ärztinnen und Ärzte eine ungeheuer wichtige Übung, dass man sich nicht nur fragt, wie wirkt das, was ich intentional in mir selbst versuche zu realisieren und auch intendiere, sondern was ist das Echo, was kommt bei einem Menschen an. Und jedes Wort kann bei ihm so ankommen, dass es ihn fördert, dass es ihn entwickelt. Oder ist es ein Wort, was enorm verletzend wirken kann. Und manchmal ist man als Arzt schon erstaunt, wenn Menschen dann nach 10, 20 Jahren wiederkommen und auf einmal sagen, was man damals gesagt habe und wie das weitergewirkt hat. Und wir merken, wir haben an sich eine Bewusstseinswelt, die sehr stark in den Motiven, in den Absichten, in den Handlungsorientierungen, die man sich selber wählt, fokussiert ist und weniger in dem Umkreis, der letzten Endes die Konsequenzen der Handlung ausmacht. Und so gibt es auch eine Übung, die ich sehr wesentlich finde, im Sinne auch, wie entwickelt man sich als Mensch, als Therapeut, mal bewusst den Fokus zu wechseln, mal zu dem zu schauen, was erlebt der andere Mensch und was bedeutet mein Handeln für den anderen Menschen gewissermaßen, vielleicht würde Klaus Dörner sagen, zu einer Medizinform anderen aus zu kommen und nicht nur in der eigenen individuellen Perspektive, zu verharren. Und dieses Erlebnis ist eines, was manche Menschen schildern. Einer hat es mal so geschildert, man schlüpft in die Haut eines anderen Menschen. Man verlässt also gewissermaßen seine eigene Haut, seine innere Verfassung, sondern schlüpft in die Haut eines anderen Menschen und erlebt mit seinen Augen, wie was im Leben gewesen ist. Dann kommen bestimmte Erfahrungen, die mit Tunnelerlebnissen beschrieben sind, wo Menschen wie durch einen Tunnel hindurchgesaugt werden, farbige Erlebnisse. Interessanterweise wird auch über Tönen, über Musik gesprochen. Und dann ganz entscheidend, Wesensbegegnungen, wie ich es vorhin schon mal kurz andeutete. Ganz häufig ist es zum Beispiel die Mutter. Und es ist ausgesprochen interessant, dass sterbende Menschen häufig nach der Mutter rufen. Interessanterweise weniger nach dem Vater. Nach der Mutter. Und dann manchmal auch eine Art Wesensbegegnung haben. Und wenn ich das so ausspreche, dann weiß ich natürlich, was viele dann darüber denken, dass irgendwelche netten Recalls aus der Vergangenheit hochkommen und alles Mögliche. Aber wenn man dann Menschen gehabt hat, die ein, ich glaube, Prostatakarzinom-Patient von mir, der mir gesagt hat, er konnte über mehrere Jahre die Mutter, die früh gestorben war, wenn er eine Frage ihr stellte, von ihr eine Antwort bekommen. Und das hat er so glaubhaft und so realitätsgetreu geschildert, dass man schon irgendwo den Eindruck hat, da liegt ein sehr tiefes Erlebnis seinerseits dahinter. Und dann berichtete er, ab einem bestimmten Moment hat sie dann gesagt, und jetzt komme ich nicht mehr. Und dann war diese Phase einer Befragbarkeit dann auch zu einem Ende gekommen. Also ich schildere einfach mal Dinge, die ich erlebt habe und wo ich das Gefühl habe, sie sollen Menschen, Therapeuten, ihr das Recht auch palliativmedizinisch Tätige, zur Nachdenklichkeit anregen. dass eben die Dimensionalität des Menschen eine viel umfassendere ist, als wir sie in der Medizin mit unserer Somatikorientierung überwiegend praktizieren. Wenn also kritische Ärzte sagen, ich habe viel mit Sterbenden zu tun, aber so etwas habe ich überhaupt noch nie gehört, dann könnte das auch am Arzt liegen. Also wenn Sie dieses schöne Buch von Pim van Lommel, was im Patmos Verlag erschienen ist, über Endloses Bewusstsein. Ich hatte in einem Gespräch da auch mit ihm diese Situation mal gehört, wo er darstellte, dass in einem wohl kardiologischen Kongress Menschen über dieses Thema sprachen und ein Kardiologe wohl aufgestanden sei und gesagt hätte, also er hätte so und so viele reanimiert, mir hätte es noch nie jemand gesagt, dass irgendwelche außersinnlichen Nahtoderfahrungen aufgetreten seien. Und dann hat er das so beantwortet, dass ein Kollege, ein ärztlicher Kollege wohl aufgestanden sei und ihm gesagt habe, ich bin ihm ja so dankbar, dass Sie mich auch reanimiert haben und ich habe diese ganzen Erfahrungen gehabt, aber, und nun kommt ein hartes Wort, Sie wären der Letzte, dem ich es erzählen würde. Insofern braucht es eine Art des Vertrauens. Es braucht auch eine Art von Wärme in der Begegnung von Menschen, wo Dinge ausgesprochen werden, die zu den ganz Besonderen und Tiefen des Anderen gehören. Sie haben Bim van Lommel erwähnt, den niederländischen Kardiologen und Sterbeforscher. In einem Interview für Tanatos TV hat er sinngemäß gemeint, dass wir wohl umdenken müssen, was die Bedeutung des Gehirns anlangt. Es sei kein Erzeuger von Bewusstsein, sondern ein Transmitter. Vertreten Sie eine ähnliche Theorie? Also ich glaube, dass das Bewusstsein eine Dimension erreichen kann, wo es das Gehirn braucht, dass es aber andere Dimensionen von möglichen Bewusstseins gibt, die auch leibfrei sein können. Man kann sich so ein Bild mal machen, dass wir durchaus Prozesse in uns tragen, die uns bewusst sind und dass wir andere Prozesse in uns tragen, die uns komplett unter oder unbewusst sind. Also wenn man zum Beispiel eine mathematische Aufgabe lösen möchte und vielleicht eine kleine Multiplikationsaufgabe oder so etwas, dann merkt man, die Tätigkeit, die zum Ergebnis führt, ist nicht bewusst. Wenn das Ergebnis dann kommt, dann leuchtet es im Bewusstsein auf. Also wir haben dezidiert Bereiche, die gewissermaßen uns im Bewusstsein erscheinen, aber welche, die im gewissen Sinne vorbewusst sind, bevor sie dann auf der Bühne des Bewusstseins erscheinen. Und ich habe durchaus die Auffassung, dass es möglich ist, auch in die Bereiche immer mehr mit Bewusstsein hereinzukommen und hereinzuleuchten, die jetzt vorbewusste Bereiche sind. Und wenn Menschen in bestimmten Meditationen oder in bestimmter innerer Arbeit und Entwicklung dazu fähig werden, dann leuchtet oder kann etwas aufleuchten, was in die Bereiche des Bewusstseins hereinweist, die jetzt nicht zum ganz Alltäglichen gehören, sondern die meiner Meinung nach auch etwas Leibfreies haben können. Und insofern würde ich unterscheiden zwischen einer leibabhängigen Form des Bewusstseins und möglichen Erfahrungen, die nicht an das Instrument des Gehirns gebunden sind. Aber man könnte sich ja auch gut vorstellen, dass beispielsweise mathematische Berechnungen, wie sie im Vorbewusstsein stattfinden, doch auch der körperlichen Ebene zu gehören, gehirnabhängig sind. Ja, nur das Interessante ist, dass wir, wenn wir einen Fehler machen, und es würde jetzt ein Mechanismus für diese ganze Reflexion das Entscheidende sein, dann würden wir uns bei jedem Computer fragen, wo ist irgendwas falsch? Wenn wir bei einem Menschen einen Fehler bemerken, dann argumentieren wir gründebasiert, dann sagen wir, da und da ist dieser Schritt nicht richtig vollzogen worden, oder kannst du das auch so sehen? Wir merken also, dass dort eine inhaltlich geistige Auseinandersetzung erfolgt und nicht eine Reparatur des Gehirns oder der Neurobiologie. Und ich weiß, dass es tatsächlich auch Ansätze gibt, wo man Bewusstsein wirklich eins zu eins identifiziert mit der Neurobiologie unseres Gehirns und mit wirklich sehr, sehr schwierigen ethischen Konsequenzen. Weil wenn wir tatsächlich nur das sind, was wir neurobiologisch in uns tragen, dann ist jede Weiterentwicklung an sich eine Frage der Programmierung unseres Gehirns oder der Reparatur oder umgekehrt, wenn es nicht reparierbar wäre, dann ist es auch ein komplettes Nein zu jeder Entwicklungsfähigkeit des Menschen. Auch ein Nein zum freien Willen. Ein Nein, komplett ein Nein zum freien Willen. Da sind wir bei diesen Dingen, die sich aus diesen Experimenten von Benjamin Libet halt auch herausdestilliert haben, wobei man sagen muss, dass Benjamin Libet in der Richtung jetzt nicht unbedingt nur gedacht hat. Er selbst hat ja nicht daraus den Schluss gezogen, dass es keinen freien Willen gibt. Aber man hat tatsächlich in diesen Experimenten dann eine Richtung herausgearbeitet, die mit Bereitschaftspotenzialen jeglichen freien Willen in eine neurobiologische Interpretationsweise gebracht haben. Und letzten Endes gibt es jetzt aber auch interessanterweise Wiederholungen dieser Experimente, die zeigen, dass trotz eines Bereitschaftspotenziales, was im Gehirn ableitbar ist, die letzte Entscheidung, ob man nämlich nun etwas tut oder gerade nicht tut, noch beim Menschen liegt. Und die ist nicht gewissermaßen eruierbar aus dem Bereitschaftspotenzial. Es gibt gewissermaßen trotz Bereitschaftspotenzial noch eine Dichotomie der Entscheidung, ob man es nun tut oder nicht tut. Da gibt es eine weitergehende Forschung, die dort entwickelt worden ist. Also, um es zusammenzufassen, diese Experimente sind jedenfalls nicht dazu geeignet, die Menschen einen freien Willen abzusprechen, sondern brauchen anderes Verstehen, vielleicht auch sogar im Sinne von Benjamin Libet selber. Gibt es in Ihren vielfältigen Beobachtungen von Nahtoderfahrungen irgendetwas, das Sie persönlich ganz besonders bewegt hat? Was mich besonders bewegt, ist, dass diese unterschiedlichen Nahtoderfahrungen durchaus in das vortodliche Leben mit hereinspielen können. Also es gibt Situationen, wo Patienten, die in einem Sterbeprozess sich befinden, auf einmal den Wunsch äußern, ihr gesamtes Leben einem mitzuteilen und dann ein Leben ausbreiten, wo man irgendwo danach spürt, man ist beschenkt geworden. Und man hat etwas empfangen dürfen, was mit deren Lebensschrift, mit deren ureigenster Biografie, denn keine Biografie eines Menschen ist gleich der anderen, das ist ein extrem kostbares Geschenk. Und wenn man so etwas dann entgegennehmen darf, dann spürt man, dass diese Beziehung zu den Menschen eine ganz andere und vertiefte wird. Und dann gibt es Situationen, wo Menschen sehr ringen, was sie alles nicht gut gemacht haben, was sie falsch gemacht haben, wo manche Menschen sagen, also ich habe alles irgendwo falsch gemacht. Oder ein Hochschullehrer, den ich bis zu seinem Tod einmal begleiten durfte, hatte mal gesagt, und ich habe noch nicht mal ein Lehrbuch geschrieben. Und so merkt man, wie Menschen jetzt ringen mit dem, was unvollkommen geblieben ist. Da gibt es in der Anthroposophie Rudolf Steiners ein wunderbares Bild, das er nämlich unterscheidet zwischen, sagen wir mal, normalen Unvollkommenheiten und edlen Unvollkommenheiten. Und es gibt edle Unvollkommenheiten. Also wenn ich sage, ich möchte ein möglichst guter Mensch und Arzt und so weiter werden, dann werde ich bestimmt immer ein Defizit haben, weil es fast nicht erreichbar ist. Und so gibt es edle Unvollkommenheiten und andere, wo man merkt, da ist etwas so gelaufen, wie ich es vielleicht nicht wollte und wo ich deutlich hinter dem, was ich mir gewünscht habe, zurückgeblieben bin. Und diese Dinge spielen in dieser zweiten Lebensphase eine ganz herausragende Rolle. Und man spürt auch, wie Menschen dann mit Lebenssituationen konfrontiert werden, wo sie sehr stark Verlust erleben. Beispielsweise, dass eine bestimmte Begegnung nicht mehr sein kann oder dass es einen endgültigen Abschied gibt. Und da kann man schon sehr bewegende Szenen erleben, wo man merkt, manchmal bleibt etwas Unaufgelöstes zurück. Und da schwingt für mich so ein bisschen diese Stimmung mit in die Haut des Anderen schlüpfen. Also was ist da noch nicht verändert, verwandelt worden, sondern wo erlebe ich das, was vielleicht durch mich entstanden ist, aber doch in einer anderen Weise von den Menschen auch erlebt worden ist oder auch tatsächlich schwierig oder in einem nicht von mir gewünschten Sinne gelaufen ist. Und dann kann man sehr häufig spüren, dass Menschen in der palliativen Zeit und gerade in der Sterbezeit eine ungeheure Entwicklung durchmachen. Also ich habe den Eindruck, dass wir in der Zeit des Sterbens eine tiefe und alle Wesensbereiche des Menschen fast wie ergreifende Entwicklung durchmachen. Ich habe für mich immer das Bild gebraucht, dass wir in der Kindheit sehr schnell Fähigkeiten erlernen und dann innerhalb von zwei Jahren irgendwie mal anfangen, Deutsch zu sprechen und das dann immer besser können und dass wir es viel schwerer haben, eine Fremdsprache dann mit 30, 40, 50 Jahren zu lernen. Aber in der Zeit vor dem Tod geht Lernen noch einmal ziemlich schnell. Da gibt es eine ganz verdichtete Form von Selbstwerdung. Dieses Wort, was, glaube ich, das erste Mal von Monika Renz ausgesprochen worden ist, der Selbstwerdung oder ein Begriff, den ich sehr wesentlich finde, der Autogenese, ist etwas ganz Entscheidendes, weil diese Zeit dadurch Sinn bekommt, weil sie unter dem Aspekt von Entwicklung angesehen werden kann. Und Entwicklung hat immer ein Woher, es hat immer einen Weg des Entwicklens, aber immer auch ein Wohin. und damit kommt man dann auf die Fragen des Nachtodlichen. Wohin führt Entwicklung? Was sind große Atemzüge, die der Mensch möglicherweise dann beschreitet im Rahmen seines weiteren Schicksales? Und man kann Situationen erleben, wo diese Sterbenden eine ungeheure menschliche Kompetenz erreichen. Also ich erinnere mich gut, am Beginn meiner Tätigkeit im Krankenhaus kam einmal eine Schwester zu mir in die Übergabe, wo die Patienten besprochen worden sind, und berichtete von einer ganz schwer krebskranken, brustkrebskranken Frau mit so einem furchtbaren Panzerkrebs, der letzten Endes den Oberkörper immer härter und unbeweglicher werden ließ, enorm äußerlich gesehen leidend. Und sie wurde da versorgt von dieser Schwester mit äußeren Anwendungen, mit allen möglichen Dingen, die eine Pflege auch therapeutisch tun kann. Und dann sagte sie, und heute Nacht war es so besonders, da haben mich diese Augen dieser Frau angesehen und ich habe den Eindruck bekommen, ich werde gesegnet. Und da merkt man, dass es nicht mehr der einfach nur hilfsbedürftige Mensch ist, sondern dass eine ganz andere Dimension aus solchen Menschen sprechen kann, die von Größe, von Werdekräften und von geistiger Präsenz spricht, die Menschen sehr berührt. Todesnähe ist eigentlich Lebensnähe. Ja. Da gibt es ein wunderbares Wort von Doug Hammerschild, der gesagt hat, wie der Mensch zum dem Tod entgegen geht, ist entscheidend, wie er im Leben steht. Also die Art, wie wir im Leben stehen, bekommt an sich Sinnhaftigkeit und Bedeutung durch das, wie wir auch über den Tod denken. Denn normalerweise ist das Geburt und Tod etwas, was komplett tabuisiert ist und letzten Endes gibt es nur das möglichst gesunde Leben zwischendrin. können, aber wir brauchen Nachdenklichkeit im Hinblick auf diese Punkte des Lebens, die einfach zum Leben dazugehören und viel besser beschrieben werden können im Sinne von Toren als von Beginn- und Endpunkten. Weil es hat mich schon sehr bewegt, dass es eben nicht nur die Nahtodforschung gibt, sondern auch die Vorgeburtsforschung und dass es dort berührende Berichte gibt. Zum Teil habe ich sie selbst von Kindern gehört, die von Erfahrungen erzählen, die sie wie vorgeburtlich gehabt haben. Es gibt eine sehr interessante Studie von einer, ich glaube, sie heißt Nathalie Emmons und einer Frau Kellermann, die in zwei Bereichen in Mittelamerika und Südamerika, glaube ich, eine Studie durchgeführt haben, wo sie Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren gefragt haben, ob sie sich erinnern können, was vorgeburtlich war. Nun kann man natürlich Kindern nicht sagen, was war vorgeburtlich, das versteht in dem Sinne wahrscheinlich kein Kind, aber sie haben so nette Zeichnungen gemacht, wo zunächst mal eine Mama aufgemalt war mit einem runden Bauch und danach eine Mama, wo sie dann wieder schlank war und ein kleines Kind an der Hand hatte. Und die beiden Forscherinnen haben sich Orte ausgesucht, wo man traditionell an eine Präexistenz oder eine Vorgeburtlichkeit nicht denkt. Das war ein Dorf in den Anden namens Schua und ich glaube in Quito in Ecuador. Und da war nun sehr interessant von den Ergebnissen zu hören, dass ein großer Anteil, ich erinnere etwa 60, 70 Prozent dieser Kinder natürlich altersabhängig, je jünger sie waren, umso eher war es möglich, je älter sie waren, also in Richtung zwölf Jahren, umso weniger war es möglich, dann berichtet hat von berührenden Situationen, von einem Wunsch in dieses Leben zu kommen, von einem Wunsch zu diesen Eltern zu kommen. Und man merkt, eine Art Vorgeburtlichkeit wird da erwähnt, die wir auch mit Unbefangenheit einmal hören sollten. Und ich habe schon den Eindruck, dass wir nicht nur eine Forschung brauchen für nahe Toterfahrungen, dass wir sie immer besser verstehen, dass wir diesen Menschen auch in dieser Form gerecht werden können, sondern dass wir auch eine Forschung brauchen für die Vorgeburtlichkeit des Menschen. Also nicht nur für die Nachtodlichkeit, sondern auch für die Vorgebotlichkeit des Menschen. Weil dann kommen ganz andere Gesichtspunkte, was eigentlich der Mensch in seinem eigenen Wesen ist, zur Sprache und werden immer mehr anschaubar. Auch für die oft gestellte Schicksalsfrage gäbe es einen größeren Bezugsrahmen. Und wir brauchen, das habe ich als anthroposophischer Arzt wirklich immer wieder kennenlernen dürfen. Wir brauchen ein Bild, wo wir den Menschen in seiner leiblichen somatischen Ebene betrachten. Wir brauchen etwas, wo wir auf seine Regeneration, seine Lebendigkeit, das, was immer wieder auch regenerativ wundheilend und so weiter wirkt, achten, also das, was sein Leben ist. Wir brauchen eine gute Beobachtungsgabe für das, was ihn im Bewusstsein auszeichnet und das, was dieser Kern des Bewusstseins ist, was seine Individualität, sein Ich-Wesen ausmacht. Und wenn wir diese vier Ebenen zwischen Körper, Leben, Seele und Geist gewissermaßen als eine Art Vierklang nehmen in der Begegnung mit dem Patienten, dann vertieft sich die Beziehung und es wären auch Gespräche möglich, wo er sich eben nicht als Befundträger, zu dem man sonst noch ganz nett ist, sondern als ein Mensch gesehen fühlt, der in all den unterschiedlichen Bereichen seiner Wesensgliederung dann auch erfasst werden kann. Und dann entstehen halt andere Fragen. Also was geschieht mit dem Geist eines Menschen? Wo kommt er auf einmal her? Was geschieht mit Bewusstseinsphänomenen? Wo entwickelt sich ein Bewusstseinselement hin? Und was ist sein woher? Also genauso wie wir beim Leib von einem Woher und Wohin sprechen, so haben wir dann entsprechende Fragen des Wohers und Wohins auf seelischer Ebene, auf geistiger Ebene. Manchmal wird auch von unangenehmen Nahtoderfahrungen berichtet, von sogenannten Höllenerfahrungen, die unter Sterbeforschern eher umstritten sind. Wie denken Sie darüber? Ja, also die wichtige Botschaft ist, man darf Nahtoderfahrung nicht euphorisieren und als nun die schönsten, grundsätzlich die schönsten Erlebnisse des Menschen darstellen, sondern es gibt eindeutig belastende und negative Nahtoderfahrungen. Die können in unterschiedlicher Form auftreten, teilweise in Form von Wahrnehmung, die Menschen haben, wo sie Gestalten oder Wesen begegnen, die furchteinflößend sind. Und wenn wir an dieses Bild von Hieronymus Bosch denken, was so berühmt geworden ist durch diesen Tunnelaspekt, der so an die Nahtoderfahrungen erinnert, also man möchte wahrscheinlich auch nicht sehr gerne jedem dieser Wesen dann irgendwie begegnen, also da kann man erleben, dass Menschen bestimmte Erfahrungen haben, wo sie mit einem furchtanflößenden Inhalt dann auch konfrontiert werden. Dann gibt es Menschen, die sagen einem jetzt gar nicht im Rahmen von einer Nahtoderfahrung, sondern einfach als etwas, was sie innerlich erleben, wenn man in das Zimmer hereinkommt, hier ist noch ein Dritter und solange der nicht da ist, kann ich nicht gehen. Also da wird etwas beschrieben, wo wie eine Art drittes Wesen, was dann der Pflegenden oder dem Kollegen selber gar nicht ansichtig wird, im gleichen Moment berichtet wird und dann heißt es, solange der noch da ist, kann ich nicht gehen. Und wenn man dann sich fragt, ist das nun ein angenehmes Wesen oder eins, was belastend ist, dann habe ich Menschen erlebt, auch einen Patienten mit einem sehr schwer verlaufenden Speiseröhrenkrebs, der gesagt hat, ich muss diesen Herausforderungen, die ich da erlebe, mit meiner ganzen Kraft begegnen. Und er hat sich deswegen nicht mehr hingelegt ins Bett, sondern saß aufrecht im Bett, um dieses belastende und irgendwo furchteinflößende Erleben dann durchstehen zu können. Es gibt auch eine andere Situation, die wir erfahren haben, wo ein Mensch auch dieses negative oder belastende Furchteinflößende erfährt und eine Krankenschwester die ganze Nacht bei ihm sitzt und dort ihn innerlich begleitet, ihm vielleicht auch etwas vorliest oder auch mit ihm betet oder einen Spruch liest. Und am Morgen hat dann dieser Patient der Krankenschwester gesagt, sie sind wirklich ein ganz mutiger Mensch, weil diese Qualität die da erlebt worden ist, nur mit ganz viel Kraft und Mut bewältigt werden kann. Und ich habe den Eindruck, dass Dinge hereinkommen können, die aus der Erinnerung die Menschen erlebt haben. Ich habe erlebt, wie Menschen, die in der Palliativmedizin versorgt worden sind, auf einmal unter ihrem Bett aufgefunden worden sind, mit solchen Bewegungen, als ob sie Maschinengewehre oder Kriegswaffen Bedienten und da spiegelte sich etwas wieder, was sie im Krieg erlebt haben, mit voller Wucht und hat sie in eine wirklich wie menschenunwürdige Situation gebracht. Und da muss man das verstehen, um ihnen dann irgendwo auch menschlich nahe zu sein und sie in einer anderen Weise vielleicht helfen zu können. Und dann gibt es die Dinge, wo Menschen etwas spüren, wo sie was finsteres, manchmal furchteinflößendes erleben, ohne es genau beschreiben zu können. Und dann eine mehr konkrete Form, wo Menschen tatsächlich gestalten oder Ähnliches wahrnehmen, die ausgesprochen belastend sein können. Also ich würde mal sagen, ich nehme an, dass diese besondere Nahtoderfahrung, die viele Menschen kennen und die ja auch ungeheuer häufig sind, also sie werden ja für etwa 4,2 Prozent der Deutschen, möglicherweise auch der amerikanischen Bevölkerung angenommen, 4,2 Prozent diese Erfahrung schon mal gemacht haben, dass es meistens welche sind, die tatsächlich mit diesem Licht, mit diesem Friedevollen in Zusammenhang stehen, aber dass es eindeutig auch welche gibt, die letzten Endes auch in eine gegenteilige Richtung beißen können. Manche Menschen vor allem konfessionell orientierte Menschen wollen einen Zusammenhang sehen zwischen der Lebensführung eines Menschen und dem was er vor seinem Tod an der Schwelle erlebt. Beispielsweise jemand, der einen Suizidversuch begeht, macht etwas Gott nicht wohlgefälliges, erlebt entsprechend eine unangenehme Nahtoderfahrung. Sehen Sie einen solchen Zusammenhang zwischen den Erfahrungen an der Schwelle zum Tod und der Lebensführung eines Menschen? Also ich würde sagen, im Sinne das hast du nun davon, in so einem Bestrafungsaspekt, das kann ich nicht sehen. Ich habe Menschen, die ein ausgesprochen vielleicht sogar erfolgreiches Leben geführt haben, auch sehen müssen, die dann sehr stark gelitten haben. Andere, die das ganz anders gestalten konnten. Es ist für mich ganz entscheidend, auch für die Art, wie gerade diese Sterbephase durchlebt wird, welche inneren Überzeugungen man selber sich ausbilden kann. Und zwar nicht Theorie. Also wenn es irgendwelche Dinge sind, die man sich theoretisch von der Unvergänglichkeit menschlichen Wesens vorstellt, das zerplatzt an der Realität des Sterbens. Aber wenn aus dem Bewusstseinsinhalt immer mehr etwas wird, mit dem man sich auch menschlich verbinden kann, was tiefer geht, dann bekommt es Kraft. Und das ist etwas, finde ich, ganz Entscheidendes, dass wir auch durch das Wissen um diese nahe Toterfahrung Menschen Kraft geben können. Wenn wir Ihnen sagen, wie das von anderen erlebt worden ist, man sollte es möglichst nicht theoretisch machen, im Sinne gibt es eine Grayson Scale und die Dimensionen, sondern möglichst so, dass man aus dem Erlebten auch berichtet, dann hat das eine manchmal beruhigende Kraft für Menschen, die dann in dieser Phase selber stehen. Und man soll sie auch in keinem Fall versuchen zu überzeugen, Sondern man braucht ein taktvolles Ihnen begegnen. Ich habe mal einen Patienten gehabt, der ein malignes Lymphom hatte, daran auch gestorben ist. Und da dachte ich, ach, den kenne ich jetzt so lange, dem erzähle ich mal was von Nahtoderfahrung und was man so gehört und vielleicht davon auch erfahren hat. Und der gehörte ungeheuer interessiert und offen zu und war vielleicht auch dankbar, dass man ihm das erzählte. Zum Schluss sagte er, ach, wir lassen mal diese Dinge offen. Und da merkt man, wie in einer feinen Weise da Freiheit herrschen muss, dass man ja nicht irgendwas überzeugend anderen Menschen überstülpen muss, aber man darf Angebote machen, man darf gewissermaßen Mithelfer werden, dass Kräfte entstehen, die vielleicht zu denjenigen gehören, mit den Patienten viel besser ihre schweren Zeiten durchstehen können. Und da habe ich schon den Eindruck, dass das möglich ist. Wir machen das auch sehr gerne so, jedenfalls ich, dass wir bestimmten Patienten dann, je nachdem, wie sie sich auch von ihrem Interesse zeigen, dass wir ihnen mal Bilder geben. Es gibt eine wunderschöne Postkarte von Barlach, der ja einen 150. Geburtstag feiert in diesem Jahr. Und Barlach hat eine Plastik hergestellt und entworfen, die er überschrieben hat mit der Geisteskämpfer. Und dieser Geisteskämpfer, da steht eine Gestalt aufrecht auf einem Tier und das Schwert, was diese Gestalt, die auf Flügel trägt, hält, geht eben nicht runter in Richtung Tier, um da irgendetwas zu töten, sondern weiß nach oben. Und das ist ein derartig schönes Bild von Verwandlungskräften, von Überwindungskräften, von etwas, was Perspektivität atmet, dass etliche Patienten mit so einem Bild ungeheuer gerne gelebt haben. Das stand dann auf ihrem Nachttisch und hat immer mal wieder Menschen Kraft gegeben. Oder auch ein Spruch von Bonhoeffer. Oder es gibt wunderbare Steiner Sprüche, die man dann nehmen kann, um Menschen eine Seelennahrung zu geben. Weil sehr häufig achten wir noch in der Palliativmedizin, er soll keinen Durst haben, er soll keinen Hunger haben. Aber es gibt nicht nur körperlich somatischen Hunger und Durst, sondern es gibt auch seelischen und geistigen Hunger und Durst. Und dafür brauchen wir eine gewisse Sensibilität, weil wir dadurch Menschen auf dieser inneren Weise eine große Hilfe geben können. Schmerzen können nicht nur die körperliche, sondern auch die seelische und die geistig- spirituelle Ebene betreffen. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht für sterbende Menschen generell der Ausblick auf ein Weiterleben nach dem Tod? Kann man da überhaupt etwas generell sagen? Ich würde sagen, man braucht immer ein waches Auge für den Patienten und seine Bedürftigkeit. Ich habe einmal einen Patienten gehabt, der ist einen schwersten Autounfall verwickelt worden und sie konnten alle gerettet werden, alle Insassen dieses Fahrzeuges. Er war eingeklemmt und hat dann gesagt, bitte erst mal alle anderen retten und nicht mich und als letztes wurde er dann irgendwie herausgeschnitten und der hatte eine Einschätzung, dass er sagte, ich dieses Leben, ich gehe erfüllt und überhaupt nicht so den Wunsch hatte in Richtung, was kommt eigentlich danach, sondern da gibt es einen Riesendank für das Leben, was gelebt worden ist und dieser Dank, in dieser Dankatmosphäre gestaltet sich dann eine solche Zeit. Und dann gibt es andere, die spüren einfach durch Erfahrungen, die sie machen und wir sind und das muss ich auch eigen oder selbstkritisch sagen, wir sind meistens nicht wach genug für diese Erfahrungen, weil sie viel häufiger sind. Durch Erfahrungen werden solche Menschen dann manchmal zu anderen Fragen geführt und erleben sich beispielsweise innerlich viel gesünder als sie sind. Es gibt manche Menschen in der Palliativmedizin, zum Beispiel erinnere ich eine junge Dame, die dann gesagt hat, jetzt möchte ich gerne noch mal Englisch studieren. Da denkt man Donnerwetter, überall Metastasen, das geht doch einem ganz anderen Weg entgegen, bis man dann lernt, dass es Menschen gibt, die sich innerlich komplett gesund fühlen und äußerlich schwer krank und dort einen Erlebnisunterschied machen, dass es etwas gibt, was wirklich krank ist und wo sie zu allem vielleicht auch Ja sagen und das alles auch schon kennen und wissen, wo überall die Metastasen sind und dass sie aber trotzdem innerlich etwas erleben, was total gesund ist. Und wenn sie dann diesen scheinbaren Widerspruch innerlich erfahren, dann entstehen Fragen. Was ist mit dem einen, was ist mit dem anderen? Und da kann es manchmal sehr hilfreich sein, in solche Gespräche zu gehen, wo man Menschen unterstützt in ihrem Suchen und wo man versucht, so eine Art Hebammenfunktion für Gedanken zu bilden, die für solche Menschen dann tragfähig sind und ein Stückchen weiter helfen. Also ich bin überhaupt kein Freund davon, Menschen irgendwelche Jenseitsphilosophien in der Sterbephase nahezubringen. Also ich habe mal als junger Mensch versucht, da war ich so begeistert von diesen Nahtoderfahrungen und dachte ich, das müsstest du doch irgendwo jemandem erzählen und dann saß da so ein Mensch vor mir und da merkte ich, diese Augen, die wurden immer kleiner und irgendwann waren sie zu, da war er eingeschlafen und da spürt man, man hat ihn nicht erreicht. Man muss auf Fragen antworten, die existieren, aber man sollte auch niemals sagen, dass alle Fragen ausgesprochen werden. Es gibt viele unausgesprochene Fragen und wir brauchen Inspirations- und Intuitionsfähigkeit, um ein Stückchen etwas wahrzunehmen, was lebt an unausgesprochener Frage und da kann man manchmal mutig sein und wenn es halt erst mal das nicht war, dann hat man eben ein anderes Feld, was man vielleicht suchen kann. Wie stehen Sie zum heute generell stärker diskutierten Weg des Sterbefastens? Also ich muss sagen, ich rechne es nicht zu den Formen des assistierten Suizids, das wäre nochmal ein anderes Thema, über das wir uns unterhalten könnten. Ich habe an sich das Gefühl, dass Menschen diese Freiheit haben sollten, sich selbst zu bestimmen und auch zu sehen, wie sie das gestalten wollen und habe auch erlebt, dass Menschen wirklich lange, lange Zeiten hindurch ohne Flüssigkeit, ohne Ernährung wie auskommen konnten und wie es ihnen manchmal auch gar nicht viel schlechter ging dadurch, weil wir Ärzte sehr stark infusionstechnisch orientiert sind, dann heißt es, ihr darf nicht verdursten und dann werden halt Infusionen angehängt und dann nehmen irgendwelche Ergüsse in Körperhüllen zu, die dann punktiert werden müssen. Also ich bin der Meinung, dass man erstmal einen solchen Wunsch akzeptieren sollte, dass man dann mit dem Patienten einen Weg geht und auch die Stufen, die er selber auf diesem Weg erlebt, innerlich begleitet. Und da merkt man, dass manche Menschen dann bestimmte Gesichtspunkte bekommen, die so einen Entschluss noch mal in ein ganz anderes Licht stellen. Oder andere, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt auch ihre Zeit, wo sie gehen können. Insofern hat mich das nie sehr erschüttert, wenn ein Mensch diesen Wunsch an mich herangetragen hat. Ganz anders empfinde ich es, wenn es um den assistierten Suizid geht. Und das ist für mich nochmal ein komplett anderes Kapitel als das Sterbefasten oder wo Menschen in einem Weg, wo sie nichts mehr dem Tod entgegen gehen wollen. Wie stehen Sie zu diesem Thema assistierter Suizid? Also ich habe da eine innere Sichtweise, die sehr stark an Viktor Frankel orientiert ist. Viktor Frankel ist ja ein Psychiater und Neurologe gewesen jüdischer Herkunft in Wien, der den Holocaust durchleben musste, dessen Schwangere Frau dorthin gerichtet worden ist und der eine Auffassung entwickelte, dass nämlich es darauf ankommt, in schwerster Situation trotzdem noch irgendwo eine Sinnfindung zu schaffen. Und sein schönes Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen, was man wirklich vielen Menschen empfehlen kann. Und auch seine letzte Publikation, die, glaube ich, posthum dann veröffentlicht worden ist, die den Titel trägt, wer ein Warum kennt, er trägt fast jedes Wie. Also eine Äußerung, die auf Nietzsche zurückgeht, aber die er da in einen Kontext hineinbringt und auch seiner Therapie zur Hunde legt. Und ich bin der Meinung, assistierter Suizid ist immer eine Frage des Sinnverlustes. Kann ich noch Sinn sehen? Es ist keine Frage des unbezwingbaren Leidens. Also ich muss sagen, ich mache das jetzt so lange, ich habe das noch nicht erlebt, dass aufgrund von unbezwingbaren Leidens und einer Symptomatik Menschen sagen, das halte ich nicht mehr aus. Natürlich, und das habe ich auch in ähnlicher Weise gemacht, wenn jemand eine akute Durchblutungsstörung in seinem Bein bekommt, einen massiven Schmerz hat, da muss man natürlich handeln, da kann es auch sein, dass an der Schmerzmedikation oder der Intervention Menschen sterben. Aber in aller Regel ist das nicht das unbezwingbare Leid, sondern der Sinnverlust, auch Verlust von Autonomie, wie es manche sagen. Aber man muss schon sagen, wo sind wir in unserem Leben wirklich so autonom, wie man sich in solchen Situationen manchmal wünscht. Das heißt, Autonom, wir sind extrem angewiesen auf andere Menschen. Unser normales Leben wäre nicht möglich, wenn wir nicht andere Menschen hätten, die in irgendeiner Form mit uns zusammen leben. An sich ist der Mensch immer angewiesen auf das Zusammenwirken mit anderen Menschen und verliert deswegen auch nicht seine Würde und auch nicht im inneren Sinne seiner Autonomie, sondern man kann als bettliegeriger Mensch komplett autonom sein. Und da bin ich dem Medizinethiker in Freiburg Giovanni Maggio sehr dankbar, der darüber mal einen Artikel geschrieben hat zur Autonomiefrage des Menschen und eben ganz klar stellt, dass äußere Parameter im Prinzip nicht unbedingt aussagekräftig sind für das, was Autonomie Befähigung und Autonomie Fähigkeit des Menschen ist. Insofern habe ich sehr stark immer darauf hingearbeitet, weil dieser Wunsch kommt oft, dass Patienten sagen, wenn ich nicht mehr kann, sind sie dann auch dabei, mir in dieser Richtung zu helfen. Da habe ich meistens gesagt, ich helfe gerne und ich helfe Menschen in dem Sinne, dass man das Leiden nimmt und dass wir versuchen, auch wieder Perspektiven zu bekommen. Ich kann nur sagen, wenn ich das vielleicht anfügen darf, wir hatten mal einen Patienten mit einem Bauchspeicheldrüsen Krebs, ein Krebs, der wirklich eine große Herausforderung Richtung meistens Schmerz und sehr, sehr schlechter Prognose ist, jedenfalls, es kommt aufs Stadium drauf an, in dem Fall war es ein fortgeschrittenes Stadium und und der kam mit 60 Opiat-Tabletten, die er genommen hatte, in unsere Klinik, berichtete das, es war Paladon, 4-Milligramm-Tabletten, die da in einer geradezu astronomischen Anzahl geschluckt worden sind und er sagte, wenn Sie mich retten, zeige ich Sie an und dann haben wir natürlich psychiatrisch das Ganze angeschaut, kam dann in ein Zimmer und dann guckt man immer mal so rein, wie es den Patienten geht und am nächsten Morgen war er noch wach. Kann man sagen, wie kann das ein Mensch so aushalten, vielleicht hat er auch mehr Tabletten angegeben, als er auch geschluckt hat, aber er war dann wach, aber er strahlte dann so was Verzweifeltes und so was Dunkles irgendwo aus, wo man auch wenn man schon mehrere Menschen begleitet hat, schon schwer hatte, dort wieder Perspektive aufzubauen. Wir haben ihn dann entlassen und dann kam er in unsere Ambulanz und dann sieht man schon im Kalender den Namen stehen und sagte, okay, das wird jetzt wieder herausfordernd. Er kommt in neuem Anzug, glücklich, strahlend und man sagt, hat die Medikation so gut funktioniert? Nein, 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 wie war es mit dem Suizidwunsch? Ach ja, das war ja auch mal so, ich habe eine neue Freundin und mir geht es so gut. Und da wurde einem so richtig deutlich, erstens, was ist die Autonomie eines Menschen? Wann findet er wirklich autonome Entschlüsse, die Schicksalsauswirkungen haben? Und welche Kraft hat Sinn, wenn man wieder Sinn sieht in einer Beziehung, in einer Lebensperspektive? Was da an Sinnkräften wieder entwickelt werden kann, ist wirklich beeindruckend. Und ich finde, wir sollten als Palliativmediziner alles tun, um dieser Sinnentwicklung beizustehen und zu sehen, ob wir Menschen helfen können, dass sie doch etwas an Sinn wiederfinden, an Perspektive finden, im frankischen Sinne, sodass wir nicht eine Psychologie haben, die man im Verhalten, als Verhaltenspsychologie kennt oder als Tiefenpsychologie, sondern im frankischen Sinne hat dieser Name eine andere Bedeutung bekommen. Er spricht nämlich von einer Höhenpsychologie, einer Psychologie, die sinnorientiert ist, die wie der Licht in bestimmte ausweglose Situationen und Lebensfinsternisse bringt. Und in der Richtung den Menschen beizustehen und etwas zu entwickeln, das denke ich, ist eine sehr wesentliche Aufgabe. Und zwar nicht nur eine psychoonkologische Aufgabe, die hängt an menschlicher Begegnung, die kann durch Kunsttherapie, durch Maltherapie, durch Musiktherapie wirklich auch entwickelt werden. Und ich habe einen Patienten gehabt mit einem Lungenkrebsleiden, mit schwerer Dyspneu und der wurde dann bei uns behandelt und wir haben natürlich die Misteltherapie und die integrativen Ansätze der anthroposophischen Medizin eingesetzt und interessanterweise ist er so richtig auch nochmal aufgeblüht und hat 10 Kilo Gewicht zugenommen und auch in seiner Prognose denke ich gegenüber dem Stadium, wie er gekommen ist, deutlich auch besser geworden, aber dann holte ihn die Krankheit ein und er hatte eine derartige Luftnot und sagte mir dann irgendwann also ich glaube, ich möchte mich gerne umbringen und das erlebt man öfter, dass Menschen sagen, auch in Krankenhäusern, Hospizen, dass dieser Schritt ansteht, dass sie eine Pistole bei sich haben oder wie auch immer den Schritt dann entsprechend leisten mögen und dann kam die Musiktherapie und das war ein sehr genialer Musiktherapeut, der mit einer Leier ihm dann begegnet ist und dann hat er ein Gedicht vertont und in seine Therapie mit aufgenommen, das stammt von Goethe und dieses Gedicht heißt im Atemholen sind zweierlei Gnaden die Luft einatmen sich ihrer entladen jenes bedrängt dieses erfrischt so wunderbar ist das Leben gemischt du danke Gott wenn er dich presst und dank ihm wenn er dich wieder entlässt das hat er dann so musikalisch in geeigneter Form dann eingesetzt und dann kam ich eines Tages in sein Zimmer und sah ihn in einer ganz anderen Verfassung irgendwo innerlich viel stabilisierter und da hat seine Frau ein Schulheft mitgebracht wo er in einer der unteren Klassen schreiben konnte er schon dann ein Gedicht geschrieben hat und da wurde dieses Heft aufgeschlagen und ich sollte es dann vorlesen bei der Visite und da drin stand im Atemholen sind zweierlei Gnaden die Luft einatmen sich ihrer entladen also ein Lebensthema was ihn lange begleitet hat ist wie intuitiv von dem Therapeuten erfasst worden und er konnte ihn auf dieser inneren Seite seines Wesens ansprechen und eine ungeheure Kraft geben und das Thema Suizid und so etwas war gar kein Thema mehr es ging in eine andere Richtung und er ist dann bei uns friedlich auch gestorben Sie haben über Jahrzehnte viel mit sterbenden Menschen zu tun gehabt Sie haben viele berührende Lebensgeschichten erfahren und was ist Ihr persönliches Resümee Ich würde sagen was einem wirklich deutlich wird ist dass der Patient wenn man ihm begegnet innerhalb der ersten Sekunden oder einer ersten kurzen Zeit bemerkt wie werde ich gesehen was kann ich ansprechen was kann ich aussprechen welche Themen haben einen Platz bekommen einen Raum und welche auch nicht und wenn man das jetzt fragt was bedeutet es in der Richtung eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen zu können dann bin ich der Meinung und so ist auch meine therapeutisch ärztliche Erfahrung dass wir den guten sorgfältigen Blick auf die Welt der Befunde Krankheitsgeschehen also die das medizinische Handwerk brauchen dass wir aber genauso auch den Patienten fragen wie ist sein seelisches Erleben wie ist das was er innerlich fühlt und was er an Erfahrung in seiner Bewusstseinswelt hat auch wenn sie uns erstmal fremd sind oder wenn wir sie nicht gleich verstehen können und dann lebt ein Mensch von Perspektive und Zuversicht und das ist an sich das was man nennen könnte wir haben nicht nur körperlichen Hunger sondern auch geistigen Hunger und wir brauchen gerade in ernsten Lebenssituationen eine Unterstützung und eine Hilfestellung die diese inneren geistigen Kräfte fokussiert und wo wir uns als Helfende zur Seite stellen können wo wir niemals einem Menschen sagen was er zu glauben oder zu denken hat aber dass wir an seinen inneren Entwicklungsprozessen die neue Perspektiven erschließen mitwirken und mithelfen und da muss ich schon sagen wenn manche Menschen am Beginn einer Erkrankung das Gefühl haben und vielleicht wird es einem auch genauso gehen das wird man nie schaffen was da vielleicht kommen kann und vielleicht irgendwas sehen oder gehört haben was andere Menschen durchlitten haben dass man dann auch ihnen den Mut geben kann der so wunderbar in diesem Hölderlin-Wort ausgesprochen ist wo nämlich Gefahr ist wächst das Rettende auch und bei diesem Rettenden mitzuwirken das finde ich eine sehr zentrale ärztlich-therapeutisch palliativ-medizinische Aufgabe Herr Dr. Kierke vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch und alles Gute für Sie Dankeschön Rettende für Sie die die